Schöne Berge! Eine gute Nachricht für euch, es ist nicht so wichtig, was man sagt, denn unser Gegenüber kriegt das Wichtigste sowieso mit zu 55% durch unsere Körpersprache. Deshalb wird es jetzt besonders schön, wenn diese Körpersprache einfach durch jemand anderen erfolgt. Lars, du übernimmst jetzt die Körpersprache bei Olli. Denn Olli hat wieder mal was Schönes erfunden, von dem er nichts weiß und wird von Barbara dazu interviewt. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, nennen Sie mir, wenn der Herr so drehen. Nachher liest er von Ihren Lippen. Also, ich brauche jetzt ein Raubtier. Tiger, wir nehmen Tiger, Tiger, Tiger haben wir schon mal, Tiger ist schön. Und jetzt etwas, womit man sich schminkt. Liedschatten, ich nehme mal Liedschatten. Also, der Olli hat jetzt einen Liedschatten für Tiger erfunden. Und Lars, du kannst dich jetzt mal mit dem Kopfhörern erlösen und übernimmst sozusagen seine Arme. Barbara, du wirst ihn jetzt befragen zu dieser herrlichen Erfindung. Barbara Schöneberger von der ATL-Sendung Explosionen im Tierreich fragt jetzt mal nach bei Herrn Prof. Dr. Welke, der diese sensationelle neue Erfindung... Oh, du hast dich Haare auf den Armen. Viel Vergnügen, Frau Schöneberger, ich übergebe. Explosionen im Tierreich heute mit einer weiteren Ausgabe. Herr Welke ist bei uns zu Gast und er hat eine ganz fantastische Erfindung gemacht. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schöneberger. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. Ja, erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrer Erfindung. Naja, es ist, äh, wie soll ich das sagen? Es ist, äh, es ist sehr klein und rund und es hat, äh, eine Antenne. Aber das wäre Quatsch. Habe ich am Anfang gedacht, dann habe ich die Antenne wieder abgebrochen, weil... Wir brauchen eine Antenne, wir brauchen ein Stopfei, war meine erste Idee. Ein Stopfei, natürlich. Und das stecken wir uns ins Auge. Ja. Aber auch damit kommt man natürlich heutzutage nicht mehr weit. Versuchen Sie mal ein Stopfei im Auge zu verkaufen, das kauft kein Mensch, Frau Schöneberger. Deswegen habe ich etwas völlig anderes erfunden. Nämlich, ich habe mir gedacht, es gibt ja auch viele Männer und auch Frauen, die sich die Augenbrauen bemalen. Tatjana Axel. Tatjana Axel kauft sich gerade Augen. Harald Glöckler. Zum Beispiel, ja. Und diese Menschen, die zum Beispiel auch, äh, 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 Lidschatten, ja. Die Lidschatten brauchen täglich, quasi, mehrere Schichten davon am Tag. Rekader M. 20 Mal am Tag. Ja. Diese Leute mit diesem großen Kopf. Ja. Menschen wie ich. Ja. Ja. Leute mit einem Melonenartigen Kopf. Ja. Die brauchen natürlich, brauchen natürlich, äh. Sie brauchen natürlich, äh, Hilfe. Ja. Frau Schöneberger. Hello Kitty. Genau. Es ging um einen Tuschkasten. Ich wollte einen ganzen Tuschkasten, aber nur fürs rechte Auge. Frau Schöneberger. Und dann aber später auch für beide. Und. Eines Tages habe ich zwei Hasen beim Ficken zugeguckt. Und da kam mir die Idee. Frau Schöneberger. Da kam mir die Idee, wenn der eine Hase jetzt den anderen aufessen würde, dann wäre es nur noch einer. Aber, was hat das mit, äh, Lidschatten zu tun? Fragen Sie sich zurecht. Das sage ich mich auch die ganze Zeit. Und ich mich erst. Jetzt bleiben wir doch mal. Ich könnte mich totlachen. Bleiben wir doch mal. Ich befummel mich kurz ein bisschen, ist für Sie okay. Bleiben wir doch mal im Tierreich. Gern. Im Tierreich. Sie hatten ja bereits einige Andeutungen gemacht, um welche Art von Tieren es sich handelt und in welcher Verbindung die natürlich zu dem Lidschattenprodukt stehen. Natürlich. Es ist ja, es gibt ja viele homosexuelle Hasen. Und ich habe mir gedacht, warum sollen die sich nicht auch mal schminken? Warum soll sich so ein Hase nicht mal schminken? Aber die Hasen, die, die haben ja gar nichts. Die Hasen haben ja gar nichts damit zu tun. Steigen wir mal so. Steigen wir mal den Hasen die Ohren ab. Ja. Wenn wir Hasen die Ohren aufstellen, haben wir Hasen ohne Ohren. Das hilft mir. Jetzt gucken Sie doch mal. Gucken Sie doch. Ach, ich habe heute irgendwie Rückenschmerzen, Frau Schöneberger. Das ist verrückt. Nein, also ich will mal kurz nochmal. Darf ich kurz erzählen, wie ich zu dieser Erfindung gekommen bin? Nein, nein, nein. Erzählen Sie uns von den Tieren, auf die es angewendet wird. Naja. Das sind eckige Tiere. Tiere, die Streifen haben. Ja. Ja. Und ich sage mal, ich rede nicht von Streifenhörnchen. Nein, nein, nein. Ist das denn nicht schwierig, dass diese, ja ich sage mal, sehr wild und aggressiv sind? Die Tiger, Sie meinen die Tiger. Die Tiger. Ich habe erst überlegt, ob ich aus Tigern Lidschatten herstelle. Aber das ist ja ekel. Das will niemand. Nein. Tiger sind auch einfach nette Tiere. Und deswegen habe ich gedacht, ich will einen Lidschatten für homosexuelle Tiger auf den Namen.